Aber den Boden kann ich nicht überall platzieren, oder muss ich mich hochstellen, dass das geht? Nein. Schau, ich kann den Boden nicht überall platzieren, zum Beispiel. Weil du eine Wand brauchst. Achso. You understand? So, ich stell jetzt kurz die Steuerung um. Das nervt mich. Was hast du da für eine Steuerung, dass du ihn wegwirfst, dauernd? Das Kuh. Ja, das Kuh wirfst du alles weg. Was du halt gerade ausgewählt hast. Und ich verdrück mich dauernd. Ah, okay. So. Komischerweise ich nicht. Ja. Sonst bin ich auch immer prädestiniert. Was, ich geh mal auf die Isl. Ja, ich tue da bei Fischmacher. Passt. Dann helfe ich nämlich damit. Bringt Holz mit. Bursche. Ah, da hängt Holz. Das ist eigentlich geil, wenn du, wenn du so eine Runde machen würdest. Für die Sachen, die hängen bleiben. Ich suche halt ein bisschen Eisnerz. Ach. Ich muss jetzt leider hoch wieder, weil ich bin... Willst du mich verarschen? Ich habe das gerade ausgetauscht, das Kuh. Tut. Ich habe das Kuh weggegeben von der Steuerung und ich habe es schon wieder genommen. Dann können wir in deinem halbwegs flachen töten. Das habe ich mir auch schon überlegt. Du willst ihn nicht einfach jetzt da geschehen töten? Ja, wenn wir da herstellen, kraft er an und... Warte, wo bist du? Da. Da, okay. Das Wasser manchmal tief oder man kann so ein bisschen reingehen. Er kommt wieder. Ja. Dann können wir jetzt nämlich mal ein bisschen kurz in Ruhe alles mal abernten da. So. Jetzt haben wir wirklich Ruhe. Was ich auch noch nicht rausgewogen habe, kann man sagen, zum Beispiel stelle fünf Seile auf einmal her oder so? Oder muss man da wirklich immer einmal anklicken? Bis jetzt glaube ich. Ja. Ja. Ja eh. Okay. GG Alex auf jeden Fall. Ich meine, Diesel ist leider nicht sehr groß, es hat sich jetzt nicht zu übergelobt. Aber das muss man merken halt, weil wir das zu dritt machen, gleich am Rand oder so irgendwo. Genau, ja. Das hört sich jetzt auch irgendwie komisch an. Wenn du so schweig bist, Norbert. Ich weiß nicht, was du daran komisch findest, Norbert. Aber bei mir ist auf jeden Fall noch einiges. Ja, ich komme hier gerade. Was ich gerne wissen würde, wo es diese Kletterpflanzen gibt. Klebepflanzen oder wie die heißen. Klebepflanzen kriegst du dann auch durch Seetank. Seetank schmelzen. Echt? Ja. Lächerlich. Okay. Dann nehme ich da auf jeden Fall Seetank auch noch mit. Oh, da ist eine Kiste. Wie baust du den Seetank ab? Ach so, da ist die Kiste schon genommen. Die Kiste habe ich schon genommen, ja. Nein, einfach bei diesen großen grünen Blättern gibt es manche hier im Seetank oben. Das kann man einfach so nehmen. Ja, schlimm ist einfach vorbei. Die leuchten dann manchmal so ein bisschen. Also, ihr seht, das ist so... So, ich nehme noch das ganze Metall jetzt auch noch mit. Und da gleich mal ein bisschen was an. Äh, jetzt nehme ich eigentlich alles mit, was ich sehe. Das Fluss treibt halt schon weg, gell? Ja, sicher schon. Äh, sicher schon oberth weg. Er hat wahrscheinlich gar nicht geschaut, ob das Fluss da bleibt oder nicht. Ja, es ist wirklich oberth weg. Na lai, wann danke noch ob sie. Oberth weg habe ich nicht. Jetzt haben wir endlich einmal da in Ruhe, können wir looten. Also, aber so weit weg findest du nicht, oder? Ich muss da 10 Minuten zu dir hinschwimmen. Ich bin froh, dass der High-Todd ist. Es wäre halt cool, wenn du am Fluss bist, dass du uns sowas früher sagst. Ja, sorry, da habe ich nicht aufgepasst jetzt. Ich komme im Gefühl noch gar nicht nach. Norbert, kannst du das Segel in unsere Richtung stellen, bitte? Er hat ja wahrscheinlich immer das Segel nicht einmal umgestellt. Er hat es wahrscheinlich so lassen, wie es war und deswegen... Hat er eh, ja. Gut, ich komme auch schon. Ich muss das unbedingt noch mitnehmen. Bist du, Terper, ich sehe das, was ich schon gar nicht mehr fasst. Falsche Richtung. So ist richtig. Wir kommen wieder in deine Richtung. Und zu was musst du achten, bitte, Norbert? Sorry. Passt schon. Ja, Alex hat halt nur Glück, dass der High-Todd ist. Weil sonst... Wer schicht im Schacht. Wir kommen auf jeden Fall mit dem Fluss wieder in deine Richtung. Zurück, langsam. Wir kommen nochmal in die Richtung. Kann ich schon umdrehen. Ich bin schon da. Danke, für's mitnehmen. Da kannst du auch immer nur eins platzieren, das ist eine U-Beschissen Ja Ja, dann brauch ich gleich mehr Ziegel, wenn ich kann Pass auf, ich habe jetzt da Ah, da ist die Kisse Warte mal, ich kann ja gleich alles poppen Ton, Sand Ich kann mal mit 10 Seile auch reingeben Wo ist der Ton? Habe ich nicht Ton und Sand getroppt? Nein, nur Ton habe ich bekommen Oh, ich habe aber beides getroppt Dann ist das verschwunden, letzter Legst du in Zukunft einfach in die Kiste bitte, Alex Ah, ist weg, der Ton Ah, dann habe ich den Ton in die Kiste gelegt, sorry, da liegt nämlich 12 Ah ja, okay Es wird, es wird Ja, jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert Jetzt brauche ich mal was zum Futtern So, und jetzt können wir uns nämlich dann alle geile Sachen machen Allein, da ist kein Wasser Der Heisch wieder da Wo ist kein Wasser? Ich habe gerade Wasser hingeben, glaube ich Ah, jetzt ist Wasser, ja Ich hole mir da die Wasser, wenn ich brauche Was ist noch nicht ready? Fisch? Fisch ist eh da innen? Schon? Ja, aber alles roh Nein Oh, da wird da alles rausgenommen Ich habe drei rausgenommen Vielleicht Alex Ich habe null Ich habe aber mehr Warte, ich lege welche rein, ich habe eh wieder welche gemacht Aber ich habe noch einen, also ich könnte noch eingeben Die habe ich gerade reingegeben Na, dann nehme ich schon die, die drinnen sind Danke Aber ich spare jetzt auf deinen Griller gleich Weil du so fleißig bist Dann hast du ja verdient Aber nur, wenn es von den Ressourcen her zulässt Es geht immer von den Ressourcen, Norbert Jetzt haben wir Nein, wirst du ja nicht, dass irgendwas wichtig ist? Nein, das nächste ist dann der Anker Dann haben wir Ja, den Anker und dann können wir den Griller machen Weil der Anker Nein, ich mache jetzt den Norbert Ach so, du willst zuerst den Teaks machen, okay Ich mache jetzt für Norbert den Griller Ja, nicht so Das finde ich super Mit dem Anker hätten wir halt gar keinen Stress mehr Naja, dann macht es erst den Anker Nein, mir ist egal Ich sage mal, mit dem Anker hätten wir halt wirklich gar keinen Stress mehr Ich brauche nur den einen Baden Dann kannst du machen, was du willst So Hört schon dir Hast du schon drei gemacht? Ging das schon so schnell? Zwei Entschuldigung, das geht so schnell? Was denn? Was hast du jetzt gemacht? So, jetzt brauche ich Nägel Nägel, 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 Nägel Haben wir irgendwo schon Nägel Nägel müssen wir genug haben Ja, irgendwo da So Hört, ich präsentiere dir den Wo wir es nie hin haben Warte, ich brauche ihn daher Ja Ultimativen Grillmaster Boah, geil Geil, da kann man gleich Das ist geil Ja So wie gesagt, wir brauchen die größeren Sachen dann, dann ist alles viel einfacher Es gibt dann auch Größere Schmelzen zu wahrscheinlich Dasselbe mit Wasser Danke Das hast du verdient, glaube ich Ja, das stimmt Er ist wirklich sehr brav Geilo Und als nächstes machen wir dann einmal den Anker und dann machen wir sich alle einmal Haken, Äxte, Anglerruten und so weiter mit der Zeit Ja Ja Jetzt ist es Jetzt machen wir mal die wichtigen Dinge Hier Im Leben Alles Bestrandeten Boah, endlich ist das Kuh weg Ich schwöre, ich habe mich ständig verdrückt beim Gehen Weißt du, wenn ich schnell sein will oder so? Das ist schon mal ein Widerspruch So, ich mache jetzt mal einfach Metallbahn ohne Ende Da hinten links ist eine Insel Ich weiß, ob ihr nicht so lange noch machen wollt Ich werde noch dabei, aber ich glaube Norbert will sicher Ja, ich werde auch nicht mehr so lange Boah, Fisch hinten Also, hey Fisch hinten Ah, schade Aber gut gesehen habe ich trotzdem Ja, ich würde sagen, dann tun wir es dann bald Ich möchte noch meinen großen Fischhündel hineinlegen Oder macht mir da einfach die Wand zu Von der Nase Du steppert schon sich erneut an den Fisch Ich komme, ich komme, ich komme Halt gibt's Wurz Du steppert, Alter Also, wenn der nicht voll macht Dann weiß ich auch nicht Aber schau, ich kann immer noch dicht bauen, Alex Immer noch Ah, jetzt da Verstehe ich nicht Dann werden das der Gemüsegrill werden So, jetzt geht da ein bisschen was Weiter Jetzt geht wirklich was Ich werde auch anfangen, da hinten dann die Kisten neu zu lozieren Da an der Wandseite Und gleich ein bisschen zu sortieren und zu beschriften Das ist wie immer mein Part Und Mittwoch dann abschiffen Hier kannst du Schilder machen Ah, okay Und Mittwoch bin ich bei einem Simu ready Ah, geil Ja, exakt Zeig mir, wie du Schaké ausgemacht Da werden wir dann gleich diese Lagerräume machen Das hat sich mir nämlich genehmigt Das heißt, wir brauchen jetzt viel Holz Ich komme mich jetzt da unten im Metall, Alex Ich baue, ich tue mal alles Du machst Metall, du schmelzen Dann gehaften wir das Wichtigste Und wenn es sich dann ausgeht, mache ich mal eine Kiste, eine größere Und ich werde dann auch versuchen Schon gleich Irgendwie komme ich da jetzt nicht hin Zu dem, wo wir hinwollten Weißt du, was ist wirklich geil Bei Alex, wenn wir das wirklich so in einer Runde machen Dann könnte man so So weiter noch Ich habe gerade den Wels aufgenommen Oha, den kannst du mehrmals essen Den Wels Wie machst du das? Wenn du hier so läufst Und weiter Dass du so eine Runde machst Ja, aber Runde ist halt unnötig Es kostet Ressourcen Und es sammelt ja Habt ihr das gesehen? Es ist unnötig Habt ihr das gesehen? Was denn? Der Heir hat mich attackiert Ich bin ihn gerade gedodged Ich habe gesehen, wie es vor mir geht Und ich bin einfach aus dem Wasser gesprungen Ja, ja Weil du aus dem Wasser springst Dann fahrt er vorbei Das geht auch, wenn du im Wasser bist In der Höhe springst Und dann wachst du ihm aus Irgendwie kommen wir zu der Insel da hinten nicht Beim abbauen halt nicht Weil der Wind Genau Jetzt rauf oder runter fahren Und deswegen habe ich nur dieses Quasi L gemacht Ah, okay, verstehe Das ist halt wirklich von den Seilen her Uteuer Wenn wir dann wieder genug haben Kann man ja dann das machen So wie du gesagt hast Wie gesagt war nur eine Idee Es ist okay, ja Nur dass du weißt Ich brauchte noch vier Holzplanken Wenn er jemand hat Holzplanken bräuchte ich dann auch Später wieder auf den Grillen Da, da, da Okay Aber mehr habe ich nicht Da müssten wir eben noch rumfahren Ja, passt Ich will nur kurz bevor du speichern Will ich noch was machen? Oder wollen wir wieder die Balme da fällen? Stimmt Da könnte man dann auch eigentlich mehr wieder machen Wie, was brauchst du dann? Samen für die Palme eigentlich? Ja Den kriegt man aber eh meistens raus Von der Insel Aber jetzt habe ich gerade irgendwie Keine rausbekommen Ja, man kriegt nicht immer raus Erst wie viele Flaggen hast du da jetzt gelernt? Ich weiß nicht Ich lerne eh nicht meine Flagge So, ich warte Ich will kurz den Anker bauen Und dann Dann durch noch überall Dings reinlegen Und dann kannst du speichern So Wo soll ich den Anker hin platzieren Alex derweil? Ähm Am besten Da Da Irgendwo hinten Alter Das ist schon Breiter bauen wir eh nicht mehr Okay Irgendwie geht das nicht Hast du ihn richtig gedreht? Ja Aber der geht Anscheinend musst du da so Achso Du musst da Warte kurz Geh mal kurz weg da Ähm Mythic Bond oder was? Ich zeige euch das gleich Warte mal Ähm Ich baue da einfach was weg Dann hat er einen Platz zu und das liegt Ah Das macht Sinn Weil dann hat er auch Dann hat er auch hier einen Was dir einen Puffer Dass wenn der Herr kommt Dass er nicht gleich weg ist Wenn ich ihn da hergestellt habe So Und dann tue ich jetzt noch überall was noch von den Dings übrig ist Tue ich noch rein Das ist natürlich Voll geil Jetzt können wir wirklich jede Insel looten Hei töten Insel looten Alle drei Ruhig Gas So passt Genau Und dann mit Schicht machen Genau Nein Also Norbert Ich bin dann ready zu sprechen Wenn du Ich bin dann fertig